Viel Spaß beim Hörspiel und schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr 60 Tage kostenlos Amazon Audible testen wollt. Kinder und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm Teil 11 Brüderchen und Schwesterchen Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach, Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr, die Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem Tisch geht's besser, dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Das Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüsste. Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen. Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen, Gott und unsere Herzen die Weinen zusammen. Abends kamen sie in einen großen Wald und wären so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Am anderen Morgen, als sie aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen, Schwesterchen, mich dürstet, wenn ich ein Brünnlein wüsste, ich ging und tränk einmal, ich mein, ich hörte eins rauschen. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand, und sie wollten das Brünnlein suchen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Hexen schleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken, aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach, wer aus mir trinkt, wird ein Tiger, wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Da rief das Schwesterchen, ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich. Das Brüderchen trank nicht, ob es gleich so großen Durst hatte, und sprach, ich will warten bis zur nächsten Quelle. Als sie zum zweiten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie auch dieses sprach, wer aus mir trinkt, wird ein Wolf, wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Da rief das Schwesterchen, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich. Das Brüderchen trank nicht und sprach, ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muss ich trinken, du magst sagen, was du willst, mein Durst ist gar zu groß. Und als sie zum dritten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterlein, wie es im Rauschen sprach, wer aus mir trinkt, wird ein Reh, wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Das Schwesterchen sprach, ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort. Aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Brünnlein niedergekniert, hinabgeböckt und von dem Wasser getrunken und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkäbchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen, und das Rehchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich, sei still, liebes Rehchen, ich will dich ja nimmermehr verlassen. Dann band es sein goldenes Strumpfband ab und set es dem Rehchen um den Hals, und rupfte Binsen und flocht ein weiches Seil daraus. Daran band es das Tierchen und führte es weiter, und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus, und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, dachte es, hier können wir bleiben und wohnen. Da suchte es dem Rehchen Laub und Moos zu einem weichen Lager, und jeden Morgen ging es aus und sammelte sich Wurzeln, Beeren und Nüsse, und für das Rehchen brachte es zartes Gras mit, das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Abends, wenn Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, legte es seinen Kopf auf den Rücken des Rehkälbchens, das war sein Kissen, darauf es sanft einschlief. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen. Das dauerte eine Zeit lang, dass sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Walde hielt. Da schallte das Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume, und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gern dabei gewesen. Ach, sprach es zum Schwesterlein, lass mich hinaus in die Jagd, ich kann es nicht länger mehr aushalten. Und bat so lange, bis es einwilligte. Aber, sprach es zu ihm, komm mir ja abends wieder, vor den wilden Jägern schließe ich mein Türlein, und damit ich dich kenne, so klopf und sprich, mein Schwesterlein, lass mich herein, und wenn du nicht so sprichst, so schließe ich mein Türlein nicht auf. Nun sprang das Rechen hinaus und war ihm so wohl und war so lustig in freier Luft. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach, aber sie konnten es nicht einholen, und wenn sie meinten, sie hätten es gewiss, da sprang es über das Gebüsch weg und war verschwunden. Als es dunkel ward, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sprach, mein Schwesterlein, lass mich herein. Da ward ihm die kleine Tür aufgetan, es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem Weichenlager aus. Am anderen Morgen ging die Jagd von Neuem an, und als das Rehlein wieder das Hifthorn hörte und das Ho, Ho. Der Jäger, da hatte es keine Ruhe, und sprach. Schwesterchen, mach mir auf, ich muss hinaus. Das Schwesterchen öffnete ihm die Tür und sprach, aber zu Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen. Als der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wieder sahen, jagten sie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und behennt. Das wehrte den ganzen Tag, endlich aber hatten es die Jäger abends umzingelt, und einer verwundete es ein wenig am Fuß, sodass es hinken musste und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem Häuschen und hörte, wie es rief, mein Schwesterlein, lass mich herein, und sah, dass die Tür ihm aufgetan und als bald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König, morgen soll noch einmal gejagt werden. Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Rehkälbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach, »Geh auf dein Lager, lieb Rechen, dass du wieder heil wirst.« Die Wunde aber war so gering, dass das Rechen am Morgen nichts mehr davon spürte. Und als es die Jagdlust wieder draußen hörte, sprach es, »Ich kann es nicht aushalten, ich muss dabei sein, sobald soll mich keiner kriegen.« Das Schwesterchen weinte und sprach, »Nun werden sie dich töten, und ich bin hier allein im Wald und bin verlassen von aller Welt, ich lass dich nicht hinaus. So sterb ich dir hier vor Betrübnis,« antwortete das Rechen, »wenn ich das Hifthorn höre, so mein ich, ich müsst aus den Schuhen springen.« Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss ihm mit schwerem Herzen die Tür auf, und das Rechen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als es der König erblickte, sprach er zu seinen Jägern, »Nun jagt ihm nach den ganzen Tag bis in die Nacht, aber dass ihm keiner etwas zuleidetut.« Sobald die Sonne untergegangen war, sprach der König zum Jäger, »Nun komm und zeige mir das Waldhöschen.« Und als er vor dem Türlein war, klopfte er an und rief, »Lieb Schwesterlein, lass mich herein.« Da ging die Tür auf und der König trat herein, und da stand ein Mädchen, das war so schön wie er noch keins gesehen hatte. Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Reel ein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupte hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach, »Willst du mit mir gehen auf mein Schloss und meine liebe Frau sein?« »Ach ja«, antwortete das Mädchen, »aber das Rechen muss auch mit, das verlasse ich nicht.« Sprach der König, »es soll bei dir bleiben, solange du lebst, und soll ihm an nichts fehlen.« In dem kam es hereingesprungen, da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhöschen fort. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde, und war es nun die Frau Königin, und lebten sie lange Zeit vergnügt zusammen, das Reel ein ward gehegt und gepflegt und sprang in dem Schlossgarten herum. Die böse Stiefmutter aber, um deren Willen die Kinder in die Welt hineingegangen waren, die meinte nicht anders, als Schwesterchen wäre von den wilden Tieren im Walde zerrissen worden und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern totgeschossen. Als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohl ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen rege und ließen ihr keine Ruhe, und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen könnte. Ihre rechte Tochter, die hässlich war wie die Nacht, und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sprach, eine Königin zu werden, das Glück hätte mir gebührt. Sei nur still, sagte die Alte und sprach sie zufrieden, wenn's Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein. Als nun die Zeit herangerückt war, und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte, und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag und sprach zu der Kranken, Kommt, das Bad ist fertig, das wird euch Wohltun und frische Kräfte geben, geschwind, ehe es kalt wird. Ihre Tochter war auch bei der Hand, sie trugen nun die schwache Königin in die Badestube und legten sie in die Wanne, dann schlossen sie die Tür ab und liefen davon. In der Badestube aber hatten sie ein rechtes Höllen vorangemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett an der Königinstelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Ansehen der Königin, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es aber der König nicht merkte, musste sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind, bei Leibe, lasst die Vorhänge zu, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muss Ruhe haben. Der König ging zurück und wusste nicht, dass eine falsche Königin im Bette lag. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Tür aufging und die rechte Königin hereintrat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kisschen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Riechen nicht, ging in die Ecke, wo es lag und streichelte ihm über den Rücken. Darauf ging sie ganz stillschweigend wieder zur Tür hinaus und die Kinderfrau fragte am anderen Morgen die Wächter, ob jemand während der Nacht ins Schloss gegangen wäre, aber sie antworteten, Nein, wir haben niemand gesehen. So kam sie viele Nächte und sprach niemals ein Wort dabei, die Kinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht, jemand etwas davon zu sagen. Als nun so eine Zeit verflossen war, da hob die Königin in der Nacht an zu reden und sprach, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmermehr. Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Sprach der König, Ach Gott, was ist das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinderwachen. Abends ging er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr. Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich sät, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr. Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach, Du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau. Da antwortete sie, Ja, ich bin deine liebe Frau, und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, rot und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen, und es ward ihnen das Urteil gesprochen. Die Tochter ward in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen, die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und musste jammervoll verbrennen. Und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder, Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.